Tradition und Fortschritt. Beides leben wir seit mehr als 130 Jahren und stehen damit für Kompetenz und Kontinuität. Diese jahrzehntelange Erfahrung im Tief-, Straßen- und Gleisbau sind die Pfeiler unserer Unternehmensgruppe und darauf bauen wir. Wir, die mehr als 500 Mitarbeiter der Rode-Gruppe möchten Ihnen deshalb zeigen, was in uns steckt und wie wir für sie Berge versetzen können. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Am Heimreich. Am Heimreich. Am Heimreich. Wir sind für Sie da. Seit 130 Jahren. Wo immer Sie uns brauchen. Ihr Rodeteam.